Der Waschbär und seine Haustiere In der Villa Wunderbar ist überhaupt kein Tag wie der andere. Heute gibt es ein Geheimnis aufzudecken. Aber zuerst sitzt Mathilda mit ihrem Cousin Yoshi an den Hausaufgaben. Weil sie im selben Haus wohnen und in dieselbe erste Klasse gehen, machen sie das meistens zusammen. Der Weg ist ja nicht weit und so ist es weniger langweilig. Gerade rechnen sie aus, wie viel Futter ein Elefant im Jahr braucht und Mathilda stellt sich den Riesenberg vor. Wahnsinn! Sie überlegt, wie hoch wohl Henrys Jahresfutterberg wäre. So hoch wie ihre rote Villa Wunderbar? Mindestens. Es ist noch gar nicht lange her, dass Henry in die Familienvilla eingezogen ist. Eines Tages hat er sich einfach in der Trommel der alten Miele-Waschmaschine im Café Waschnuss Omas Waschsalon mit Kaffee-Ecke eingenistet. Und Mathilda und Yoshi haben ihn nach Ladenschluss gefunden und natürlich sofort beschlossen, ihn zu behalten. Ein kleiner Waschbär, der sprechen kann. Gut, dass die anderen Villa-Bewohner Henry sofort ins Herz geschlossen haben, denn der kleine Waschbär hatte sowieso nicht vor, wieder zu gehen. Wo steckt er überhaupt? Plötzlich vermisst Mathilda den Waschbär in ganz Dolle. Sag mal, hast du Henry heute schon gesehen? fragt sie. Yoshi schüttelt den Kopf. Ich wundere mich auch. Normalerweise lässt er sich doch immer von uns den Bauch kraulen, während wir Hausaufgaben machen. Vielleicht schläft er noch? Da raschelt und klappert es im Regal. Henry wetzt dann ihn vorbei. Er trägt etwas im Maul. Hey, Pelzgetüm! ruft Mathilda ihm nach. Willst du heute keine Streicheleinheiten? Keine Zeit! ruft Henry und ist auch schon verschwunden. Das war merkwürdig, mummelt Mathilda. Allerdings, stimmt Yoshi zu. Am Nachmittag spielen Mathilda und Yoshi mit Mathildas großen Bruder Leo im Garten hinterm Haus Ball. Henry lässt sich nicht blicken. Es ist komisch ohne Henry, meckert Yoshi. Jetzt ist niemand da, der die Regeln nicht kennt und einfach drauf losbolzt. Du bist auch komisch. Normalerweise beschwerst du dich immer darüber, sagt Leo. Yoshi zuckt mit den Schultern. Na und? Gut, ich hab mich eben dran gewöhnt und jetzt fehlt mir der Henry-Quatsch. Der kleine Waschbär taucht unter dem Trampolin auf. Aha, gut zu wissen, ruft er und flitzt quer durch den Garten. Da bist du ja! Yoshi freut sich. Bestimmt will der kleine Waschbär auf seine Schultern klettern, aber Yoshi hat sich getäuscht. Henry rast an ihm vorbei Richtung Café. Wo willst du denn schon wieder hin? fragt Yoshi. Es ist ein Geheimnis. ruft Henry. Und außerdem hab ich immer noch keine Zeit. Da stimmt was nicht, sagt Mathilda entschieden. Da ist was granatenmäßig oberfaul, stimmt Yoshi zu. Henry hatte noch nie keine Zeit. Und er wollte noch nie nicht gekrault werden. Wir müssen herausfinden, was mit ihm los ist. Er klemmt sich den Ball unter den Arm und beide gehen ins Haus. Hey, und was ist jetzt mit unserem Spiel? ruft Leo beleidigt hinterher. Oma Hilde und Mathildas Mama wischen gerade die Kaffeetische. Habt ihr Henry gesehen? Mathilda blickt sich um. Die alte Miele steht offen und ist leer. Da ist Henry schon mal nicht. Er benimmt sich so komisch. Wir machen uns Sorgen. Er ist vorhin mal so schnell hier durchgerannt, als gäbe es irgendwo Kuchen umsonst, antwortet Mama. Für Henry gibt's doch immer Kuchen umsonst, meint Oma und wischt seelenruhig weiter. Er wird schon wieder auftauchen. Aber Mathilda und Yoshi wollen nicht abwarten. Sie wollen suchen. Zuerst schauen sie in die Küche. Nichts. Dann in die Vorratskammer. Auch Fehlanzeige. Plötzlich hören sie ein dumpfes Scharren. Das kommt aus dem Keller, sagt Mathilda. Die Kellertür ist angelehnt. Leise schleichen Yoshi und Mathilda hinunter. Das Scharren wird lauter. Und es fiept. Ganz hoch und kläglich. Henry wird doch nichts passiert sein. Yoshi schaltet das Licht ein. Henry sitzt in einer Ecke und versucht, eine braune Kiste hinter sich zu verstecken. Nicht herkommen, bittet er. Das ist mein Geheimnis. Aber wir verraten dein Geheimnis nicht, verspricht Yoshi. Ehrenwort. Im Karton beginnt es zu rappeln und zu trappeln. Ist da was Lebendiges drin? Fragt Mathilda. Kleine Kätzchen? Nein, eher das Gegenteil. Henry seufzt. Mathilda und Yoshi sehen ihn erwartungsvoll an. Na schön. Henry nimmt den Deckel von der Kiste. Mathilda nimmt Yoshis Hand und sie kommen näher. Als Mathilda die winzig kleinen Mäusekinder sieht, die lustig über- und untereinanderkriechen, findet sie den Anblick so niedlich, dass sie einen kleinen Augenblick lang vergisst zu atmen. Oh nein, wispert sie. Henry schlägt die Augen nieder. Ich wusste, dass euch mein Geheimnis nicht gefällt. Menschen und Mäuse, das passt einfach nicht zusammen. Dem kleinen Waschbären rinnt eine dicke Träne ein Schnurrbart-Haar entlang und tropft auf den Boden. Bestimmt müssen die Mäuse aus dem Haus, oder? Nein, nein, das hast du ganz falsch verstanden, sagt Mathilda. Die Mäusebabys sind total süß. Vorsichtig nimmt sie eins aus dem Karton. Das Mäuschen ist gar nicht ängstlich. Es legt den Kopf schief und guckt Mathilda mit schwarzen Knopfaugen an. Süßer als ich? fragt Henry misstrauisch. Wer könnte süßer sein als du? gibt Mathilda zurück. Dann ist er gut, antwortet Henry. Er beguckt sich die wuselnden kleinen Mäuse. Eigentlich bin ich ganz froh, dass es nun raus ist. War ganz schön anstrengend, das Futter für alle zu besorgen. Die Kleinen halten mich ziemlich auf Trab. Er klopft sich auf den Bauch. Ich bin schon ganz dünn vor Stress. Ja, klar. Joschi lacht und verdreht die Augen. Aber die Mäuse sind wirklich niedlich. Wie hast du sie gefunden? Henry putzt sich verlegen. Auf der Suche nach Essen, glaube ich. Das Mäuschen auf Mathildas Hand springt zu Henry. Guckt mal, wir haben was anstudiert, sagt er stolz. Henry schnalzt mit der Zunge und die Maus klettert auf seinen Kopf. Dann läuft sie runter bis zur Nasenspitze und setzt sich darauf. Henry hebt den Kopf und balanciert die Maus weiter. Bravo, ruft Mathilda und klatscht. Das war noch gar nichts, behauptet Henry. Er schnalzt zweimal mit der Zunge und die Maus klettert von seiner Nasenspitze herunter und wartet am Boden. Henry legt sich neben sie auf den Bauch und öffnet sein Maul. Die Maus huscht zu ihm und steckt den Kopf zwischen seine Zähne. Unglaublich, welches Vertrauen sie zu dir hat, meint Joschi voller Bewunderung. Du bist ein richtiger Mäusedomteur. Henry gibt der Maus einen Muffinkrümel, den er zwischen ein paar Vorratspackungen Servietten im Kellerregal versteckt hat. Man braucht die richtige Belohnung, erklärt er. Dann geht fast alles, sieht man ja an mir. Er lacht. Joschi guckt plötzlich traurig und sagt nachdenklich. Vielleicht hast du doch ein bisschen recht. In einem Café darf es keine Mäuse geben, das sagen die Vorschriften. Stimmt, Mathilda runzelt die Stirn. Wir brauchen einen Plan. Und ich hab auch schon einen. Du hast doch noch den alten Hamsterkäfig, oder? Darin nehmen wir die Mäuse mit nach oben. Da ist es auch viel heller und wärmer. Na klar. Joschi geht nach nebenan. Keine Minute später kommt er mit dem Käfig zurück. Der ist zwar ein wenig staubig, aber wenn Henry ihn wäscht, ist er wieder wie neu. Henry strahlt. Au ja, waschen. Im Mäusekarton rappelt es. Was für ein Glück, denkt Mathilda. Jetzt hat die Villa wunderbar nicht nur einen Waschbären, sondern auch noch niedliche, dressierte Mäuse. Mit dem Käfig im Gepäck laufen sie wieder nach oben. Aber Mathilda lässt die Tür zum Keller noch offen. Schließlich sollen die Mäuse ja heute noch in ihr neues Zuhause ziehen. Es ist ein und dann auf dem Baby. Vielen Dank.